Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu NyxQuest Kindred Spirits. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja und falls ihr euch erinnern könnt an den letzten Part, dann haben wir hier so ein bisschen das Orakel von Delphi demoliert, ein bisschen randaliert und befinden uns jetzt vor einer sehr ominösen Stelle, der ich Kampfpotenzial zuschreibe. Ich weiß es nicht, aber es sieht wie gesagt schon so ein bisschen aus wie eine Arena. Bin jetzt sehr gespannt, was uns hier erwartet. Von daher würde ich sagen, ich labere gar nicht lange weiter. Los geht's mit NyxQuest und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Oh oh. Weit bist du gereist, Nyx, um zu diesem Altar zu gelangen. Ja das stimmt, das war doch schon ein Stückchen jetzt. Von den Himmeln bist du herabgestiegen und hast beinahe vergessen, wer du bist. Du wurdest schwach und du wurdest sterblich. Du setzt dein ewiges Licht aufs Spiel für ein anderes, unmerkliches Licht im großen Meer der Zeit. Ja das macht man so in der Freundschaft, hallo? Deine Reise nähert sich ihrem Ende. Was jetzt schon? Der Berg Panasos erhebt sich bereits vor deinen Augen. Bald wird das reinigende Feuer diesen Boden von den Lügen und der Bosheit reinwaschen und die Erde wird aus ihrer Asche neu geboren. Armageddon. Okay, also wohl doch kein Kampf. Einfach nur mal wieder eine Nachricht. Ja und angeblich nähert sich unsere Reise dem Ende. Was ich ein bisschen schadet finde. Also es war dann ja doch nicht so lange, oder? Ich weiß jetzt gar nicht genau, hätte ich gesagt, wie lange, aber... Moment, nein, 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 du sollst nach oben, hallo? Ja, okay, gut. Mal gucken, wie lange es hier noch geht, ne? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Oh mein. Hättest du jetzt nicht da runterstürzen können? Oder kannst du das gar nicht? Hier, guck mal. Tschüss. Ach, ich liebe die Dinger. Tun zwar mächtig aua, aber sind nicht so ganz helle. Also eigentlich so wie ich. Ja, wie man auch wieder... Wie ich hier wieder demonstrativ... Wow, bewiesen habe. Okay. Auf ein neues. So. Ihr habt ausgegräht. Komm. Ja, komm. Das erste Mal fällt er halt gerade so nicht runter, ne? So, jetzt aber. Adios, amigo. Grüß mir die Sterne. So. Ich frage mich nämlich auch gerade... Aha! Darf ich hier landen? Ja, hier darf ich... Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich weiß halt echt nicht, wo ich jetzt... Ach, du Schande. Okay. So, hier mal kurz verharren. Ja, oder gleich an die Decke gepresst werden. Das passt auch. Ist gut. Ist alles gut. Kann ich hier stehen bleiben? Ja, kann ich, ne? Äh... Das will ich hier nach rechts... Hoffe ich mal. Nein! Ich habe den Schwanze berührt. Ne! Das will auch ewig und drei Tage kein Checkpoint. Goddammit! Ja, ja. Learning by failing oder so. Ja, wenn ich wenigstens lernen würde dabei, ne? Aber, naja. Ah ja, es geht doch beim ersten Mal auch. Okay. So. Aber dich haben wir jetzt echt oft genug gesehen, Kollege. Es reicht. Ganz einfach, es reicht. So. Autsch, 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 Autsch. So. Wie gesagt, dich möchte ich danach... Pff, ja gut, warte mal. Das sehe ich jetzt noch nicht mal. So. Okay. Gut, dann... Eben hier. Ja. Gott sei Dank ein Checkpoint, danke. Und ein Herz auch noch. Ah! Verdammtes Mistding, ey! Alter, wo die ja auch herkommen, ne? Wow! Mein lieber Gesang... Fahr rein! Das ist unglaublich. Ja, hier ist es hier echt ein Nest. Ey! Hörst du auf mit dem Scheiß! Ja, jetzt wird hier nochmal alles so in die Waagschale quasi geworfen. An Gegnern. Ich will doch nur... Uah! Icarus finden. Wieso treffe ich das nicht? Achso. So, jetzt aber. So, ein Herz bitte. Ich bräuchte eins. Jawohl. Dankeschön. Alter, wie viel hat es hier von euch? Oh, das sieht noch... Komm hoch. Hoch, 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 hoch. Ach ja. Nicht schon wieder Ja aber Das haben wir jetzt mittlerweile Auch schon kapiert Wir sollten hier Auch die unteren Passagen Verwenden wenn irgendwie möglich Das sieht Wunderbar Dann können wir hoffentlich hier Durch So, oder auch nicht. So, okay. So ist das so... Ich kann das gar nicht weiter halten. Okay. Hätte ich jetzt beinahe überhaupt nicht gesehen. Oder viel zu spät. Wäre das oben irgendwas gewesen? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, da war ein Secret. Ich weiß es jetzt nicht. Ist mir auch gerade völlig egal, ehrlich gesagt. Wenn, dann könnt ihr ja auch von der Seite nochmal hin. Aber ich glaube... Wenn, dann da oben vielleicht. Aber ich habe keine Ahnung, wie da hinkommen. Keine Ahnung. Deshalb lasse ich das jetzt einfach auch mal... Nein! 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 Dammit! Nein! Nein! Aua! Die Dinger sind so... Ah! Bekloppt! Autsch! ihr seid auch so unnötig hallo das ist jetzt natürlich auch weg hier welches hier zugange war natürlich so ich würde jetzt gerne noch bis zum nächsten checkpoint spielen und dann ja gut die brauchen wir jetzt nicht mehr die flamme das hat sich ja aus geflämmscht hier ist ja ist schon versorgt das heißt im grunde ach fallschaden noch kommen siehst du nicht so eine kleine die war ist ja schon unsere nix so ok jetzt hier obacht quasi oh ja oder auch das lande na wunderbar ist hätte ich schon viel früher haben können aber ok level bandit das heißt ich werde jetzt wahrscheinlich auch hier mal ein cut machen berg panasos hier brennt ja die luft wortwörtlich ich werde es noch mal so ein ganz ganz kleinen sneak peek wagen das sieht ja so weit ganz gut aus oh hier ist ja alles am zerfallen ach du schande ich hab aha okay so ja allerdings würde ich sagen liebe leute ich werde hier das nächste mal weiterspielen bin gespannt ob das das letzte level auch wirklich tatsächlich ist es wäre sehr kurz dann eigentlich das spiel gut es war auch nicht teuer muss man sagen es gab sogar dann irgendwann das spiel sogar für lau eine ganze zeit lang vielleicht gibt es sogar noch für lau allerdings glaube ich wenn dann eher für ja hier ios und so bin mir jetzt nicht ganz sicher ja sei es drum ich werde mir im nächsten mal sehen wo es hier weiter geht wie es weiter geht und ja hoffe ihr hattet ein bisschen spaß dabei würde mich freuen wenn ihr dabei oder dran bleibt bis zum bitteren ende quasi und ja ich wünsche euch bis zum nächsten mal wieder mal einen schönen tag habt eine schöne zeit macht's gut und ciao ciao